Wenn wir was finden sollten und wir die Ergebnisse auch für veröffentlichbar halten, dann werden wir darüber auch sicherlich informieren. Geben Sie uns aber ein bisschen Zeit. Die Aktion selber wird auch ein bisschen dauern. Das ist jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden oder so abgeschlossen. Und ob wir dann was finden und was wir finden, das müssen wir dann natürlich auch erstmal sehen.